Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Retro Review. In letzter Zeit habe ich über ein paar 90s Filme gesprochen und es gibt noch ein paar andere Filme auf der Liste. Diese Liste ist so lang, meine Güte, es gibt noch sehr sehr viele Filme, aber heute gehen wir noch ein Jahrzehnt weiter zurück. Heute gehen wir in die 80s, heute sprechen wir über einen Film, den ich ungelogen 25 Jahre lang nicht mehr gesehen habe. Ich habe ihn jetzt gesehen, es hat einen bestimmten Grund, dazu komme ich definitiv noch in diesem Video. Wir sprechen über die unendliche Geschichte von Wolfgang Petersen. Meine Güte, es ist so lange her, dass ich ihn gesehen habe und ich war echt nervös, ihn noch mal zu schauen. Alles, was jetzt folgt, wird Spoiler beinhalten, bitte sage ich dessen bewusst. Und alles, was jetzt folgt, ebenfalls, ist nur meine Meinung. Ich habe irgendwie zweimal alles, was jetzt folgt, gesagt. Ich glaube, das sage ich sonst nie. Vielleicht bin ich so ein bisschen nicht in der Form. Wetter ist kacke, oder? Ganz egal, legen wir los. Alright, es ist soweit. Wir sind jetzt wirklich tief, tief, tief in den 80er Jahren drin. Und ich glaube, wenn man so ein Kind der 80er und 90er ist, dann ist man groß geworden mit unendliche Geschichte. Entweder tatsächlich mit dem Buch von Michael Ende oder dem Film oder mit beidem. Und ich bin mit dem Film groß geworden. Ich habe den als Kind so häufig geguckt. Ich weiß, dass es so viele Stellen in der Videokassette gab, wo das Bild angefangen hat, schlecht zu werden. Weil ich den immer und immer wieder zurückgespult habe. Bestimmte Stellen habe ich mir immer wieder angeschaut. Ich war verliebt in diesen Film. Und kennt ihr das, wenn es Filme gibt, die ihr krass gefeiert habt, wenn ihr klein wart? Und dann schaut ihr die irgendwie, wenn ihr ein bisschen älter seid und sagt, okay, ja, eigentlich ist es scheiße. Die unendliche Geschichte ist definitiv nicht das. Das kann ich euch sagen. Ich habe den jetzt, wie gesagt, 25 Jahre ist das her. Ich hatte, ich habe den ganzen Plot nicht mehr richtig im Kopf gehabt, obwohl ich den als Kind hoch und runter geschaut habe. Weil als Kind war ich einfach nur beeindruckt von allem, was so visuell auf mich geworfen wurde. Und Fuche und so weiter und so fort. Deswegen sehr spannend, das jetzt mal mit einem erwachsenen Kopf zu sehen. Wow, was für ein Erlebnis. Okay, die unendliche Geschichte fängt tatsächlich an mit unserem Hauptcharakter Bastian Balthasar Bux. Was witzig ist, Bux schreibt sich mit B-U-X, aber es könnte genauso B-O-O-K-S sein, weil er so viele Bücher liest. Ja, ich kotze mich nicht, verkneifen. Jedenfalls, seine Mutter ist nicht mehr am Leben. Er lebt allein mit seinem Papa und er hat halt immer seinen Kopf nur in den Büchern. Er lebt in seiner ganz eigenen Fantasiewelt. Er ist nicht das beliebteste Kind, er ist nicht wirklich gut in der Schule, er wird immer gehänselt. Und man, diese 80s Bullies, oder? Ich habe darüber schon gesprochen, denn Back to the Future, Biff und hier sind es halt Mini-Biffs. Und gleich drei davon, die ihn immer jagen und wollen, dass er in die Mülltonne geht. Das ist unfassbar. Und selbst nachdem er das schon über sich ergehen lässt, sagen sie, wir haben nicht gesagt, dass du raus darfst aus der Mülltonne. Ich so, ich verarschleuchte, ich hatte das schon echt vergessen. Und weil er generell traurig ist und unbeliebt ist, versteckt er sich eigentlich nur von diesen Bullies. Und zufällig gerät er in so einen Bücherladen. Und der Besitzer will gar nichts mit dem Jungen zu tun haben, weil er der Meinung ist, dass Kinder heutzutage nur noch Videospiele spielen und Filme gucken. Er guckt mich an, oder? Obwohl ich spiele keine Videospiele, aber als Kind habe ich sehr viele gespielt. Und Bücher, in die kann man sich richtig verlieren. Und auf einmal flext Bastian so richtig und sagt, ahem, ich habe Tarzan gelesen, ich habe Captain Nemo gelesen, ich habe Herr der Ringe gelesen. Ja, das war lange, bevor die Filme rauskamen. Und man merkt, der Buchhändler, ich glaube, der heißt Koriander. Heißt der Koriander? Funfact, ich hasse Koriander. Es gibt nichts, was mich mehr im Essen stört als Koriander. Ich wollte es nur mal gesagt haben, das finde ich ganz schlimm. Was mit Koriander schmeckt alles nur nach Koriander, oder? Hadi, magst du Koriander? Ne, ich finde Koriander echt eklig. Ja, ich weiß. Aber er liest ein ganz merkwürdiges Buch und sagt auch direkt dem Jungen, nee, das ist nicht für dich. Das ist nicht sicher. Das kannst du keinem Jungen sagen. Das nächste, was der Junge tun wird, ist das Buch klar. Genau, das macht er. Und er lässt noch so einen netten Brief. Ich bring's auch wieder zurück, aber es interessiert mich zu sehr. Geht zur Schule, ist zu spät dran und versteckt sich dann einfach im Keller von der Schule und fängt an zu lesen, weil er weiß, wo er den Schlüssel findet. Und zack, springen wir in diese Fantasiewelt rein. Fantasia, Fantasia, Ost, die unendliche Geschichte. Und das ist das Besondere. Der Film erzählt eigentlich zwei Handlungsstränge. Alles, was in Fantasia passiert und alles, was mit Bastian passiert. Und nach und nach rücken diese zwei Welten mehr und mehr und mehr zusammen. Und wir haben einen ganz phänomenalen Film. Und was man der Nummer lassen muss, der Film ist zwar für Kids. Ich mein, es ist ein Kinderabenteuerfilm. Und es ist ein Abenteuerfilm, der mich auch so ein bisschen daran erinnert, diese Fantasie-Abenteuerfilme. Gibt es die eigentlich noch? Gibt es derartige Filme noch wie die unendliche Geschichte? Ich glaub nicht. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so einen Film gesehen hab. Das will ich damit sagen. Das ist echt lange her. Ich meine, Superhettenfilme, boah, davon können wir uns ja gar nicht mehr retten. Aber das ewig her. Und wir springen in die Welt von Fantasia. Und man möchte meinen, dass das erste ist, was wir von Fantasia sehen, etwas Schönes, Charmantes, Kinderfreundliches, Märchenhaftes ist. Das ist verflucht nochmal gruselig. Und ich erinnere mich daran, dass ich das als Kind unfassbar schrecklich fand. Also ich hab, es gab viele Momente, wo ich mich gegruselt hab. Selbst bei den Momenten, die nicht mal gruselig sein sollen. Und zwar, die haben häufig so eine POV-Kamera-Fahrt. Der Film kam drei Jahre nach Evil Dead raus. Und es würde mich nicht wundern, wenn Wolfgang Petersen sich davon hat beeinflussen lassen. Weil es gibt zum Beispiel eine böse Entität, zu der komme ich noch. Wie heißt der? Gmorg? Gmorg. Wolf. Sagen wir Wolf. Die Namen? Wow. Wirklich. Keine Ahnung. Ich kann mir das nicht merken. Ich will es mir merken. Aber 25 Jahre, Leute. 25 Jahre. Gerade geguckt. Ich kann mir die nicht alle merken. Aber da haben wir so einen komischen Gnom. Ich wette, der hat auch einen Namen, den ihr kennt. Ich kenn den nicht. Und der hat so eine coole Fledermaus, auf der er ab und zu reitet. Ich fand die so toll. Was wir da an Kostüm, an praktischen Effekten und an Puppenarbeiten haben, ist so herrlich detailliert. So schön. Und ich weiß noch, als ich irgendwie acht Jahre alt war, bin ich mit meiner Familie in den Babelsberger Filmpark gefahren. Ich glaub sogar zu meinem Geburtstag. Und die hatten da eine Ausstellung von der unglaublichen Geschichte, äh, unglaublichen, unendlichen Geschichte. Fuchur, den Steinbeißer. Ich glaub, die Fledermaus war auch da diese Rennschnecke. Das war so unfassbar, das zu sehen. Weil, das fühlt sich schon im Film, alles, diese Welt fühlt sich gelebt an. Obwohl sie gerade von einem Nichts verschlungen wird und das so ein Ödland ist, fühlt es sich so echt an. Du kannst da Sachen anfassen und alles hat Charakter. Selbst Äste haben Charakter und ich find das toll. Jedenfalls haben wir da diesen einen Typen, der ein bisschen aussieht, als könnte er locker bei Alice im Wunderland da bei dieser Tea Party am Tisch sitzen. Und der hat eine Rennschnecke, die auch super süß ist. Ich wollte auch so eine haben. Ich wollte die Fledermaus haben und die Rennschnecke haben, als ich klein war. Und hab dann auch immer in meinem Kopf gespielt, okay, wenn ich mich entscheiden müsste, was würde ich lieber da haben. Wirklich, das waren die Gedanken, die ich hatte als Kind. Mann, hatte ich unschuldige Gedanken. Und dann sehen wir eine POV-Sicht und wir denken, da kommt was Bedrohliches. Er hat mich auch ein bisschen an, kennt ihr doch die Dinos? Ja, das Intro. Und dann ist es ja doch nur, ich bin da, wer noch? Und so ähnlich ist es hier auch. Es ist der Steinbeißer. Den man ja für die Sequels, über die ich nicht sprechen werde, weil die sind ziemlich beschissen. Und es gab auch mal eine Trickserie und die fand ich als Kind schon kacke. Aber der Steinbeißer sieht wahnsinnig cool aus. Das ist ein Kaiju. Und ja, er macht das, was Steinbeißer machen. Er beißt in Steine. Obwohl, machte die das nicht ein bisschen zu einem Kannibalen? Darüber habe ich nie nachgedacht. Aha, wo ist das der Fall? Ja, und er erzählt, irgendwie, alle Steine sind bei mir weg. Und ja, weil du die aufgegessen hast. Nein, sie sind weg, weg. Alles ist weg. Auch das Tal ist weg. Und die sagen, wow, bei uns passiert das Gleiche in unserem Part von Fantasia. Weil das große Nichts bedroht anscheinend Fantasia. Und die wollen jetzt zusammen zur kindlichen Kaiserin reisen, um herauszufinden, was los ist. Weil wenn einer helfen kann, dann muss es ja wohl sie sein. Und das Besondere ist, wie sehr der Film mit Musik spielt und auch mit Nicht-Musik spielt. Was ich damit meine ist, es gibt so viele Sequenzen, wo man einfach nur Atmosphäre hat. Wo man nichts hört. Wo man jeden einzelnen Schritt dieses Steinbeißer irgendwie bemerkt. Weil kein Sound, kein Soundtrack, nichts. Und ich, das ist krass. Das ist wirklich, das ist bedrückend. Und ich fand das als Kind zu bedrückend teilweise. Und jetzt kann ich das einfach so richtig wertschätzen als Filmkunst. Und wenn die dann da ankommen und wir diesen opulenten Elfenbeinturme sehen. Der Film hat drei geile Scores. Das ist der Abenteuer-Score, so nenne ich den. Das ist immer, wenn man Fuchrohr reitet. Das ist der Unendliche-Geschichte-Song. Das ist der Track, der immer gespielt wird, wenn irgendwas Ominöses passiert. Und es gibt den Track der kindlichen Kaiserin, a.k.a. dieses Elfenbeinturm. Und das ist einfach schön. Das ist wundervoll. Die Sets auch dort sind unglaublich. Aber wir erfahren, sie ist krank, todkrank. Ich weiß noch damals, die sagen, dass eine kindliche Kaiserin todkrank ist. Das ist ja furchtbar. Das ist ja unfassbar. Nein. Und wir brauchen einen Helden, der jetzt alles rettet. Und zack, haben wir ein Kind namens Atreo. Und sein Pferd hieß... Artax? Artax? Einigen wir uns auf Artax. Ich glaube, Artax ist richtig. Und ja, erstmal sagen alle, du bist doch nur ein Kind. Aber nein, er sagt, er ist ein Warrior. Was ganz krass ist. Weil so richtig in Action sehen wir den eigentlich nie. Ja, und der kriegt dann das Aurin, das Symbol, das Bastian auch wiedererkennt. Weil das ist auf dem Buch. Und auch Atreo ist wie ein Aufkleber, den er bei sich im Heft hat. Und hier kriegt man auch nicht wirklich das Gefühl für das, was noch kommen wird. Weil später, wenn Bastian tatsächlich Angst kriegt oder schreit, hört man das als Echo in Phantasia. Und das ist der Punkt, wo diese zwei Geschichten immer mehr zusammenwachsen. Und direkt geht's los. Ich meine, Atreo reitet mit seinem süßen Pferdchen, dessen Name ich nicht mehr sagen werde. Artax? Artax. In die Sümpfe der Traurigkeit, glaube ich, heißt das. Und das Pferd versinkt. Das ist furchtbar traurig. Er schreit, er heult sich die Seele aus dem Leib. Und Taschentücher waren bereit bei Kids. Definitiv. Und danach kam eigentlich der Punkt, der mich kaputt gegrüselt hat. Wir haben da so eine riesige Schildkröte. Die soll so eine der Ältesten sein und wissen, was Sache ist und helfen können. Aber stattdessen rotzt sie ihn die ganze Zeit voll. Ich fand das als Kind nicht nur abartig, sondern gruselig. Und jetzt kann ich einfach nur Respekt haben für das Design dieser gigantischen Schildkröte. Wie gesagt, die geben sich Mühe, diese Fantasiewesen nicht künstlich süß aussehen zu lassen. Die sehen so aus, wie sie halt aussehen müssen, um in diese Welt zu passen. Und wenn es halt ein bisschen schäbig ist, ist es ein bisschen schäbig. Heißt nicht, dass die gleich böse sind, nur weil die schäbig ausschauen. Und parallel haben wir da diese Wolfgestalt. Das scheint der Antagonist zu sein und der macht Jagd auf der Trio. Wir sehen sehr häufig POV-Perspektive à la Evil Dead. Und wir wissen, okay, das ist wahrscheinlich der Bad Guy. Den muss er besiegen. Und die Schildkröte sagt, ja, mir ist alles egal, nichts spielt eine Rolle. Scheiß auf die Kaiserin, es gibt einen Orakel. Da musst du hin. Und er muss erst gerade damit klarkommen, dass er hier sein Pferd verloren hat. Da wird er gerettet, weil er wird ohnmächtig. Zack, Fuchur. Jeder wollte einen Fuchur haben. Jeder wollte einen Fuchur haben. Ich bin mir ziemlich sicher. Wolltest du einen Fuchur haben? Kids, Kids, ich kann es nicht anders sagen. Ich wollte einen Fuchur haben. Und das ist eine Mischung aus meinem Hund Benji. Und ja, diesen chinesischen Drachen, die man in Restaurants sieht. Der hat halt Schuppen und gleichzeitig Fell und ist plüschig. Und hat die schönsten schwarzen Äuglein und möchte gekrault werden. Und dann geht es Atreo sehr schnell besser. Und dann haben wir Gnome. Ich fand die Gnome immer kacke. Muss ich sagen, als ich klein war. Ich fand die nicht so besonders. Das war so der Punkt, wo, ja komm, wir geben dir Scheiße zu trinken. Ih, ist die eklig. Ich so, ja, okay. Und dann kam das nächste Verstörende für mich. Als er durch so ein Tor rennen muss. Und wir sehen, dass ein Ritter da durchreitet. Und es sind so zwei gigantische Sphinx-Statuen. Und die schießen den Tod mit einem Laser. Wir sehen später sogar den verwesten Körper. Kinderfilm. Das ist echt krass. Atreo muss an sich glauben. Und Bastian, der das Buch liest, merkt, wow, ich muss den anfeuern. Macht der und dann gelingt es ihm. So last minute, puh, springt der durch. Geile Nummer. Atreo, du bist unser Held. So, schlägst dich tapfer durch die Welt. Ich will so krass viele Soundtracks hier benutzen. Das darf ich nicht. Auch Limal, hier mit Neverending Story, wurde ja zu dem Hit in Stranger Things Staffel 3. Ich glaub, das hat nochmal sehr aufmerksam gemacht auf den Film. Deswegen, ich weiß, dass ich Stranger Things Staffel 3 gesehen hab. Und dieser Song kam, wurde ich irgendwie emotional berührt. Und ich, ich sollte mal wieder Neverending Story schauen. Und ich hab's erst jetzt gemacht. Das ist ja auch schon was. Vier Jahre her, seitdem wir alle diesen Song gefeiert haben. Krasse Nummer. Und dann stellt sich Folgendes heraus. Er muss jetzt, das war nur der erste Test, weil das ist auch das Coole. Das ist ein klassischer Abenteuerfilm. Es gibt unterschiedliche Trials, die du bestehen musst als Held eines Abenteuerfilms. Und durch dieses Torspringen war er das erste. Jetzt muss er tatsächlich das zweite, den zweiten Trial bestehen. Und da guckt er wie in so einer Eishöhle in den Spiegel und sieht Bastian. Und Bastian liest es ja und merkt, das kann nicht sein. Jedes Mal, wenn es da diese Fourth-War-Breaks gibt, das ist der ultimative Metafilm, sagt er, nein, 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 das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und dadurch gelangt dann Atreo tatsächlich zu der echten Sphinx. Und das ist das Orakel. Das sagt ihm, das Einzige, was Phantasia retten kann, ist die kindliche Kaiserin. Und die kann man nur retten, indem man ihr einen neuen Namen gibt. Und er sagt, ja, das kann ich doch machen. Nein, das muss ein Menschenkind sein, abseits von Phantasia, abseits der Grenzen von Phantasia. Okay, komisch. Und Bastian denkt sich, das kann alles nicht wahr sein. Aber natürlich hat jetzt zumindest Atreo einen Auftrag. Und wenn er dann auf Fucho einfach raufspringt und das total genießt, mit dem rumzureiten und rumzufliegen, der Film ist fucking immersiv, will ich sagen. Und diese ganzen Sequenzen, ob Atreo reitet, ob er auf Fucho sitzt oder auf seinem Pferd, man braucht gar keinen Dialog. Und wir müssen über die Kinderdarsteller sprechen. Sowohl Atreo als auch Bastian und gerade später die kindliche Kaiserin, die sind super. Und wenn man überlegt, Atreo hatte ja zumindest komische Kostüme oder praktische Effekte, mit denen er arbeiten konnte. Bastian hat nichts, er hat ein Buch, das ist alles. Und die kindliche Kaiserin, die guckt fast auch immer die ganze Zeit in die Kamera. Manchmal Sebastian, manchmal Atreo. Aber sie spielt es tatsächlich wie eine kindliche Kaiserin. Original Childlike Empress. Das bedeutet, sie ist kein Kind, sie sieht nur aus wie eins. Und sie spielt es so erwachsen und reif. Und wenn da die Tränen rollen, unfassbar. Ich finde das ziemlich stark. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Tatsächlich gibt es dann diese Mega-Konfrontation, wenn Atreo in dieser Einöde ist, wo er tatsächlich seine Trials sieht. Er sieht auf Wandmalereien alles, was er bis dato erlebt hat. Und auf dem letzten Bild ist dieser Gmorg. Heißt der so? Ich glaube, der heißt so. Und dann haben wir da diesen Wolf, den ich auch fucking gruselig fand. Der erklärt ihm das Nichts. Ist symbolisch für die verlorengegangene Fantasie, die verlorengegangenen Hoffnungen der Menschheit. Weil Fantasia besteht aus den Wünschen und der Fantasie der Menschen. Und wenn die verloren geht, ist Fantasia ziemlich am Arsch. Und das ist genau das, was ja auch der Buchhändler kritisiert hat. Und wenn dann dieser Gmorg einfach aus dieser Höhle springt, das hat mich früher jedes Mal erschrocken. Ich wusste, was passiert. Ich habe mich trotzdem jedes Mal erschrocken. Und ich bin damals wie heute auch ein bisschen schockiert, wie blutig der abtritt. Ich meine, der kriegt so einen Splitter in den Bauch gedrückt. Da spritzt das Blut raus und es schmiert noch an Atreos Hand. Ich so, wuh! Aber das ist jetzt nicht der Hauptbadguy. Das war nur ein Diener des großen Nichts. Und tatsächlich schafft es Atreo dann zur kindlichen Kaiserin. Er fliegt ja auf Fuchur wie durch so ein Nichts. Es ist halt nichts mehr da. Dieses Fantasia fällt in sich zusammen. Er steht vor ihr und sie heult ihn zu. Es kann nur ein Mensch sein. Und du hast deinen Auftrag erfüllt. Du bist nicht schuld, dass hier alles langsam verschwindet. Weil er sieht auch den Steinbeißer und sagt, meine kleinen Freunde hier, Schnecke, Fledermaus, komischer Goblin und Typ von Alice im Wunderland Tisch sind alle weg. Und ich dachte immer, ich hätte starke Hände, aber ich konnte sie nicht festhalten. Und Atreo gibt sich die Schuld, dass das alles passiert. Und sie sagt, nein, 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 das war alles Teil des Plans. Du hast mir den Menschenjungen gebracht. Und das ist der Punkt, wo das Buch mit Bastian spricht. Und Bastian mit dem Buch. Und er sagt, okay, 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 okay. Und irgendwann sagt sie, sag doch einfach meinen Namen. Sag meinen Namen! Und er schreit Mondkind. Und zack, steht er vor ihr. Im Buch quasi. Sie hat nur noch Sand. Und sie sagt ihm, dieses Buch kannst du gestalten, wie du willst. Das ist deine Fantasie. Und das ist so toll. Dieser Junge, der sich immer für nichts gehalten hat. Der ungeliebt ist und gemobbt wird. Er merkt, was er für eine Bedeutung hat. Und er, ja, baut Fantasia wieder auf. Und Atreo ist wieder zurück mit seinem Pferd. Obwohl ich mich jedes Mal frage, ist das der Schauspieler? Habe ich mich damals schon gefragt. Weil man sieht ihn nicht. So sehr aus der Ferne gefilmt. Dass er reitet und sagt, hey, ich bin definitiv Atreo, den ihr kennt. Aber alle sind zurück. Und es ist wundervoll. Man fragt ihn, Furo, hast du noch einen Wunsch? Und er, ja, man. Revenge is a bitch. Also schlappt er sich Furo und jagt seine Bullis, sodass sie in den Müll springen. Und das war's. Ich hatte den Film ganz anders in Erinnerung. Ich dachte, es geht aus damit, dass er Atreo noch eine Medaille gekriegt. Am Ende wie bei Star Wars. Und dass da eine Zeremonie ist. Aber ich habe mich geirrt. Das war gar nicht der Fall. Alles in allem muss ich sagen, das ist immer noch ein unfassbar immersiver, starker Film, der die 80s sowas von repräsentiert. Ich mag das Schauspiel. Ich mag die Effekte. Ich liebe tatsächlich die Effekte. Ja, ein paar sind gealtert. Aber es fühlt sich immer noch so 10.000 Mal besser an als alles, was wir heute an CGI haben. Und ich gebe einfach zwei fette Daumen nach oben für die unendliche Geschichte. Wenn ihr ihn lange nicht mehr gesehen habt wie ich, holt's nachher so. Wieso ist Haseloff hinter mir, Hadi? 10. August. Richtig. 10. August ist es soweit. Es wird wieder eine Sommershow geben auf Moviepilot. Und diesmal widmen wir sie passend den 80s. Wir wählen den besten 80s-Film aller Zeiten. Wir haben Gäste, wir haben einiges vorbereitet. Es wird eine mega coole Show. Bitte, bitte seid live mit dabei, denn wir haben einige Überraschungen für euch geplant. Ich bin heiß drauf. Ich hoffe, ihr seid heiß drauf. Und schreibt mir jetzt in die Kommentare, was ist euer Lieblings-80s-Film? Und wann habt ihr das letzte Mal die unendliche Geschichte gesehen? Findet ihr, der hält sich immer noch? Oder sagt ihr, pfff, nee, nicht meins. All das interessiert mich. Schreibt's mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut.